und somit herzlich willkommen zurück zu let's play battlefield ja genau ich kann nicht mehr reden battlefield 4 beta und wir sind diesmal amerikaner sonst war ich immer chinese was nehme ich was nehme ich was nehme ich nein mein heli naja das war einmal so was haben wir hier ich probiere es mal so los geht's hier mit dem leichten wellengang ich hoffe dass mit c funktioniert der eine typ hat genau das gleiche vor ich glaube das sind wohl auch ein paar gegner schon da so alle noch hier zu zweit so zack und rein mit uns so gleich einen aufzug rein am besten auf die linke seite weil ich denke die ganzen gegner sind auf der rechten seite wo sind die aufzüge so kommt der eine drei stück eigentlich wollte warten damit sie sie müssen aufteilen aber der eine hat mich doch noch gesehen ich sag mal hätte ich da den ersten gleich abgebildet und hätten alle drei gewusst wo ich bin aber wir haben ja trotzdem hier die position eingenommen deshalb gehen wir da hin und wir wissen dass gleich drei leute hier kommen so wir müssen ja wohl jetzt gleich ein paar kommen ach nee die sind da drüben idiot alle helis hier oben ich helfe dir mal ein bisschen so einmal hier einfach nur reingebratzt so warte mal herrmedik da hinten noch einer nach von der anderen seite sind auch noch aufzüge gibt es ja gar nicht das ist jetzt ein bisschen blöd ach der springt gerade runter okay so ja mal den einen heli hier fliegt der da alles ist kaputt gegangen und ich hab's nicht gesehen alles ist meine dritte runde und die ersten zwei runden ist es stehen geblieben und dann irgendwo denkt man ein paar punkten c4 legen und dann kracht es ein so abc gibt es noch ich auch mal geil und bin der squad leader am jo und nun das ist ein überlegen was ich jetzt hier einfach mal auch hier hin so komm ich auch hoch okay also wie es jetzt aussieht wie im krieg ja alles in Schutt und Asche Alter warum ist jetzt so ein Angriffsboot ist ja auch mal geil so und man kann auch tauchen ist auch geil ich meine ja sieht jetzt hier unten nicht so toll aus aber dafür kann man sich verstecken und man kann sogar hier seine Zweitwaffe nehmen und damit rumballern ist natürlich auch geil aber man ist dann dadurch ich glaube ein bisschen langsamer Alter hier liegt halt immer noch so Staub in der Luft ah nein ich hab auch V gedrückt Einzelschuss jetzt kurz mal umstellen ah ne jetzt hab ich Feuerstoß jetzt hier wieder vollautomatisch so und der hat den Dinger übernommen oder wie hallo ich will auch rein hey du Idiot bringt er auch rein jo geht's okay so da vorne ist ein Panzer na super so schön in die Seite rein nicht so stark gepanzert gucken wir währenddessen ein bisschen in der Gegend rum so einer ausgestiegen glaubt nicht jetzt mal der fahrt hier rum ich will auch auf das Boot hey die sind da oben drin geht's ja gar nicht hier ist alles noch so staubig von dem Zusammenstutz auch geil ach da ja jemand schon gedacht wo ballert der immer hin gar kein gesehen so lassen wir mal raus den hole ich mir oh hell doi und dann treffe ich mich mal gibt's ja gar nicht oh 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 2-2 ja ok zumindest nicht negativ so Heli oder so da ist schon ein Transport Heli na 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 hier geht gerade voller Kampf ab da hinten oh ein Panzer kann man hier hingehen als Engineer ich will jetzt zurück von vorne brauchen wir den nicht angreifen wäre nicht so taktisch klug da sind wir noch weiter hin Alter ist der Panzer da hochgekommen nix ja gar nicht natürlich da drüben ist auch einer oh die ist heimlich gar nicht getroffen ouch oh no der eine hat mich glaube auch gesehen sein dass sie mich markiert haben so bin ich denn der eine da hochgekommen einfach so auf die Dachterrasse oh mein da rennen sie überall so ähnlich von uns sind alle weggerannt ja dann holen wir uns mal wieder eh zurück ich hätte ja wirklich die Treppen hochgefahren das war ein Freak oh 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 woher 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 oben unten oder ist der down gegangen äh ich glaube der ist weg so jetzt haben wir den Panzer bei D da fahrt auch einer na verdammt man kann nicht mehr markieren immer rummer rummer aber die sind überall Panzer gibt's ja gar nicht ich habe gedacht wegen der markierung ah mit dem geht das halt nicht ist natürlich ein bisschen blöd eine tolle E ist wieder verloren aber da sind jetzt zwei Fahrzeuge ah war das zu hoch na verdammt jetzt habe ich keine Muni mehr wow alter fast überfahren alter explosions woher so der ist leer alter hier ist schon wieder ein Panzer zwei sogar ja hier voll irgendwie hinterfeitenlichen Linien überall gegnerische Panzer und wo unsere sind keine Ahnung auf der anderen Seite wo wir alle Positionen halt haben wow 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 na toll down wenn wir eh nicht mehr wegkommen können da kommt auch nur ein Panzer so heli ist keiner in der Luft außer ein gegnerischer hier 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 hätten wir noch einen Schätski ja naja brauchen wir es auch nicht könnten hier hin da haben wir dann zwei gegnerische Panzer beziehungsweise eine LRV ein Panzer oder hier hin wo wohl nur eine Infanterie gammelt oder zwei oder drei ein C einnehmen wollen Alter wie viele 105 gibt's ja gar nicht ja C denke ich mal ist verloren ich hoffe der überlebt kommen wir da wieder hin ja C ist neutral so da hinten einer schon wieder halt guck mal drei Ballern auf mich gibt's ja nicht vor allem grad war's noch einer und dann sind da zwei gespawnt hey ist ja mal gar nicht unfair so und der geht jetzt auch gleich down ich will auch mal rein mit auch einem Kill so oh man sind sie alle down gibt's ja gar nicht wow 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 da kommt da unten und der steht drüber und schon wieder zwei gespawnt gibt's ja gar nicht von der Käpt'n Buke der lebt andau und obwohl da immer fünf Gegner sind oh ah ne hab schon gedacht da kommt man runter ja ich seh's wieder gleich bin ich tot na verdammt die kommt zurück war ein bisschen knapp fast klappen können halt komm und ich krieg nicht mal einen hey gibt's ja gar nicht die campen da drin rum und ich krieg da keinen einzigen so ich geh jetzt mal hier auf Assault bin ich mit der Waffe ein bisschen besser ein bisschen mehr Bums so und ich spawn halt mal voll weg weg aber hier hat man auch so viel abartig Deckung überall so hier sind die ganzen guck mal die gammeln wecken wir noch da unten oder doch nicht wo gammeln sie jetzt rum bisschen weiter links zu scheiner ähm 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 ähm